Da ist noch einer. Fehlen noch drei. Die meisten werden, manche werden auch von solchen komischen Fischschwärmen versteckt. Das ist auch wieder sowas zum Beispiel, aber da ist nichts drin. Die haben nichts. Kann mal gucken hier unten. Da sind auf jeden Fall Sachen. Da ist eine blaue Münze. Ja! Ohohoho! Ruck! Ich muss irgendwann seine Lacher mal hören, das ist total krass. Ach du scheiße, Killer Faschie. Wo sind die letzten drei? Da sind noch eine. Komm, gibt sie mir. Gibt sie mir! Ja, so. Ähm, fehlen noch zwei. Aber wo sind sie? Die sind echt gemein versteckt hier, würde ich mal sagen. Voll gemein. Ein bisschen mal abseits gehen. Mal Tauchstation. Hm, also geht es zu tief. Nee, hier ist aber nichts. Äh. Ja, 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 aufwärts. Komm. Hm. Das Korallenriff ist größer, als man denkt. Ah, hier, da ist noch eine. Fehlt noch eine. Das ist dann immer so, die letzte, die einem fehlt, ist dann auch die schwierigste. Wenn man... Oh, Handy, hör auf, rumzunerven. Ich schmeiß dich gleich an die Wand. S-s-s-s-s-s-s. Ähm. Nein. Nein. Das ist jetzt mal von oben rauszufinden. Eure hab ich schon. Wow, blub. Was war das denn? Ah, blubfisch. Ich hasse dieses Viech. Total zu kotzen. Ähm. Hier? Ja, da ist sie. So, damit hätten wir alle. Das ging doch recht einfach. Das war doch recht schön, einfach und fix. Zubereitet. Wie ein gutes Mittagessen. So. Wo ist er? Da ist er. Wahaha. 70. Wunderbar. Plimp. Doink. Ich hab schon wieder zu viel getrunken. Ich muss dann dauernd auf Klo. Eigentlich müsste ich jetzt, aber ich kann's mir ein bisschen verkleifen. Das sollte man eigentlich nicht, aber okay. Piu. So, was haben wir noch? Ähm. Pup, pup, pup. Plaza de la Palma. Ah, wir haben schon sehr viel überall. Das ist erstaunlich. Aber gucken wir nochmal, was hier drin ist. Ich glaub, jetzt komm nicht... Ich sag's jetzt schon wieder. Die Mario-Morgana-Mission. Ist er? Ja, Mario-Morgana. Ihm nach. Mario-Moguna. Moguna-Muna-Mario. Ja. Jetzt müssen wir die Dumpfbacke wieder jagen. Und können auch hier wahrscheinlich dann wieder... ...nen Haufen blauer Münzen abjagen. Die wir so nicht bekommen haben. Da ist... Da ist... Das Feuer für Yoshi. Hey, hey, hallo. Mach diesen Drehsprung. So. Hallo, ich... Ah, jetzt hab ich ihn mal getroffen. Wow. Hä? Ich hab ihn noch die ganze Zeit getroffen. Was ist denn los? Wirkt mal... Jetzt wirkt jetzt mein Wasser auch nicht mehr, oder was? Hä? Geht doch, jetzt hab ich ihn. Wow, da ist er... Wow, da fährt aber recht weh. Alter, fahr ich mir vorbei. Ich nerf noch mehr. Wir wissen ganz genau, dass du nicht aufhörst zu nerven, mein Freund. So. Jetzt ist da Obst drin. Super. Endlich Obst. Ähm, die Dinger nicht... Ach ne, die waren nur zum Draufspringen da. Wir nehmen natürlich die Ananas. Wir verwandeln jetzt... Und nun, liebe Kinder, zeige ich euch, wie man aus einer Ananas eine blaue Münze anfertigt. Dazu nehme man eine Ananas und was anderes ganz Tolles, was ich euch gleich zeigen werde. So, dann wollen wir doch mal da hin und du danst mal weiter. Dancing Disco Man. Und dann müssen wir da hoch. Nämlich da. So. Okay. Und jetzt. Man sieht den Schredder. Man werft es rein. Kaplämm. Wie soll man darauf kommen, ey? Wie soll man darauf kommen, Münzen in so einen Schredder zu werfen, damit da eine blaue draus wird? Das ist stumpf. 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 Mega stumpf ist das sogar, ey. Okay. Ich wette mit euch, hier ist irgendwo jetzt ein blauer versteckt. Boah, nerv nicht. Oder irgendwo ist... Ich wollte dem noch hinterherjagen und sagen, hör auf mich zu nerven. Und du? Hallo. Jetzt merkst du es. Ist das einfach so... Hau mich ins Nirvana, du verdammter Pisser. Wie ich jetzt wieder zurück bin, das dauert ewig. Dieses verdammte Arschloch. Ich hasse ihn. Könnte dich zerfetzen. Irgendwo muss hier Yoshi sein. Ich hasse euch. Wow. Riesiger... Ein riesiges Holpchen. Ah, so kann man die Dinger vernichten. Hahaha. Sehr interessant. Ja, ähm... Hier verbrauchen wir Yoshi. Frage... Ich frage mich gerade nur... Wo ist Yoshi? Ähm... Aufpassen, Kleiner. Eine Schildkröte. Lustig. So, aber wo ist Yoshi? Yoshi, das Obst zu bringen, ist hier nicht schwer. Hier hat man ja Obst. Aber erstmal jetzt Yoshi zu finden, das wird das Problem. Und dann kann man wieder Yoshi nerven mit Sachen, die er gar nicht will. So, du penst da drüben. Oh, Bean! Bean! Äh, verpisst euch! Das Yoshi... Das Yoshi, ja. Ne, Yoshi muss doch hier irgendwo sein. Der macht doch nicht Urlaub. So, mach mal hier ein bisschen hinne. Dich hole ich gleich. Ähm, ich will mich noch ein bisschen umgucken, weil ich hab das Gefühl, hier ist Yoshi. Und wenn Yoshi hier ist, dann kann ich das machen und dann kann ich da noch eine blaue Münze abgreifen. Ähm, aber ich finde Yoshi grad nicht. Yoshi. Yoshi Boy. Ah, fuck off. Yoshi Boy hat gerade Mittagsschlaf oder irgend so einen Scheiß. Wir holen uns den Insignal und dann hauen wir ab. 71. Juhu! Juhu! Ach ja, tschüss. Mario macht Juhu und Juhu oder... Er macht eigentlich nicht alles. Er gibt jegliche Art von Geräuschen von sich, nur keinen einzigen Satz. Oh, noch mehr. Gut, aber jetzt kommt da eine Mission, die ich nicht machen will. Das ist nämlich so ein Melonenfest, denk sie, und das ist nervig. Die Mission nervt einfach und deswegen mach ich sie nicht. Ganz einfach, so. Punkt. Und, ah, ich hasse dich, ich hasse dich auch. Wir hassen uns gegenseitig. Alle hassen sich hier. Es ist eine Insel voller Dumpfbacken. Jeder hasst sich nur gegenseitig. Es ist ein purer Hass auf dieser Insel. Wir können ja mal hier hin nochmal. Auf die Insel. Insel. Nein, das ist keine Insel. Das ist, äh, der Hafen. Der Hafen. Auf der zweizerischen Akzent. Das ist zwar kein zweizerisch. Das wissen wir. Yoshi so, so, bloß. Und das wissen wir. Das kann nur einmal sein. Da sind Fluts. Ja, die Mission ist auch ein klein bisschen nervtötend, aber es geht noch. Hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen. So, was kann man denn machen? Ich bin gerade selber mal am überlegen. Man kann sich die Turbo-Düse hier abgreifen, was ich gerade nicht will. Weil ich sie nicht brauche, irgendwie. Ich bin zurück. Danke. Da ist nochmal Turbo. Wieso hier zweimal Turbo-Düse ist, braucht mich nicht. Mein Name ist Keks. Über Bord. Über auf Bord mit euch. So, ich glaube, ich habe mich da oben auf den Däckern noch gar nicht umgeguckt. Auf dem Heliport ist jetzt auch wirklich ein Heli. Was auch so viel Sinn macht. So, lass mich bloß rum. Da kann ich auch nichts für, wenn er sowas macht. Ah, hier ist noch ein Mäh. Ein Mario. Steht für Mario. Wir haben jetzt wieder 20. Kriegen wir dafür wieder zwei Insignien reingeschoben. Von Naruto. Und ich muss jetzt hiermit einmal, ähm... Was zur... Was zur... Wo ist sie? Wo ist meine Düse? Die ist abgehauen. Hä? Ich muss einmal schneiden und dann sehe ich euch gleich wieder, wenn ich die Raketendüse habe. Bis gleich.